Vielleicht decke ich sogar den t-t-t-tisch mit dem feinen Tafelsilber. Vielleicht solltest du mal aufhören zu stottern. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Dann bloß die Augen offen. Mit einer Waffe kommt niemand in meine Hunde rein. Leg deine Knarre in ihren Ruhrpost, dann lass ich dich rein. Wenn das der Preis dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen. Wir können dir wenigstens eine Plasmide nicht wegnehmen. Falls es zu Auseinandersetzungen kommen sollte, ich habe immer Plasmide. Hackerfokus. 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 Ein weiteres beliebtes Gentechnik... Tonicum. Der Hacker-Smart-Produkt-Palette entschärft vor allem im Sicherheitssystem. Wir garantieren weniger durchgeschmurte Schaltkreise. Oder Geld zurück. Ich hätte ganz, ganz, ganz gerne... Geld zurück. Ähm... Telepienese. Jetzt haben wir alle Waffen bis auf meine Ruhrzange. Und meine Kamera. So, den Autohacker. Und hier unter dem Eis. Das kann man ja alles mit dem Plasmin machen. Hm? Ich hatte, als dein Boss aus der Hölle getraut ist, hat dir zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine. Ich halte Ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner, und du... Ja. Versuchen wir mal den Sicherheitsbots. So. Erhöhter Schaden. Sicherheitsbots sind anfällig für panzerbrechende Munition und Elektrizität. Das heißt... Erste Mal Foto. Nitrosplicer. Das heißt, unser guter Freund ist wohl ein Nitrosplicer. Und jetzt... Lasst mich doch alle in Ruhe. Abfackeln. Ups. Man sollte auch sich ein bisschen Energie verschaffen. Elektrizität! Feuer bringt also noch... Schon mal wenig gegen ihn. Puh. Oh! Puh! Blödes... Ding! Geht kaputt! Kaputt! Geht kaputt! Geht putt! Geht putt! 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 Wo bist du? Ach! Ne! 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 Das war's mit dir. 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 Der Eingang ist bestimmt zu verstecken. Die Schnäppler sind mit der Nase rausgestochen. So. Noch jemand? Ey, das gibt's doch nicht. So. Wer hat noch nicht genug? Wer will nochmal? Wer hat noch nichts? Äh... Du schmalzest auf. Denn hier gibt's dann auch so ein paar nette Sachen. Und ich entschuldige mich, dass ihr auch so ein bisschen leiser vor uns sagt. Ach ja. Ah. Und ich hoffe, dass das laggt nicht im Video. Okay. Weil wenn es laggt, dann bin ich nicht zufrieden. Und wenn ich nicht zufrieden bin, dann muss ich das Ganze neu machen. Und wenn ich's neu machen muss, äh... Hab ich weniger Lust. Und dann muss ich's auf HD rendern, weil ich nehm' ja so schon auf HD auf. Weißt du was? Ich brenn' ja so. Ich brenn' ja so. Auf HD extra umzustellen, wie ich's zum Beispiel bei Castlevania gemacht hab. Äh... Ich weiß allerdings nicht, ob ich's Drops denn so machen sollte. Dass ich's H gedrückt halten soll, ist für Tipps, das ist mir auch schon klar. Dann, 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 dann. Was gibt's hier was Schönes? Ich glaub, die Fische kann man auch irgendwie... Fisch. Gefischerter Fisch. Oder so. Äh... Äh... Fackel... Geld... Money, money, money... Must be funny... Mit dem Auto... Heck... ... Hier gibt's sonst nichts weiter... Da ist Wasser... Irgendwo ging's weiter... Sobald ich's gefunden habe, mach ich auch nen Cut. Und... Wie wär's einfach mit dort... Hier bekommen wir nämlich auch unsere Waffen wieder. Ganz, ganz nett. Nur leider... Man sieht das schon... Irgendwo ne Zone... Hat leider ein bisschen nachgelassen... Naja... Ich mach hier nen Cut und sage bis zum nächsten Let's Play Part... Blatt XFB... Meldet sich ab. Nachtrag... Wenn Männer heulen... Klingt das nicht lustig. Los durch.